Moinsen, Magazin und Margarin! Willkommen bei Dizzy's Beauty Palace. Heute reden wir mal über feinstes Fußwerk. Aber bevor es losgeht, Intro ab! Schuhwerk, Sneakers, feinste Rennschuhe, wie auch immer wir das bezeichnen wollen. Ich habe mir neue Racing-Schuhe gekauft oder neue Rennschuhe gekauft und würde heute gerne mal mit euch darüber sprechen, anhand der Historie, die ich bis jetzt so gefahren habe. Das sind meine neuen, das sind meine alten und das sind meine ganz alten. Und anhand dieser werden wir das jetzt mal so ein bisschen durchgehen und ich werde das mal ein bisschen für euch besprechen, was hier gut, schlecht, gar nicht so gut, viel besser ist. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Am Anfang habe ich dieses wunderschöne Paar hier gefahren und zwar die Sketches. Man kann anhand der Sohle erkennen, dass da schon sehr viel gefahren wurde. Oder wenn wir uns mal hier genau den Bremsfuß angucken, haben wir die Pedale schon ein bisschen eingearbeitet in die Sohle. Auch hier kann man schon erkennen, die guten alten Sparco, die sind auch sehr mitgenommen. Also da ist schon ein bisschen, ja, ich sag mal, der ein oder andere Kilometer gefahren worden. Und hier sind die neuen Botten von Azitec, die ich jetzt auch schon zwei Rennen gefahren habe. Und anhand dieser würde ich euch gerne mal erklären, was ich gut und schlecht finde. Also wenn ich sie ordern müsste in die Reihenfolge, was bis jetzt die schönste Erfahrung war, würde ich sagen eins, zwei und drei. Okay, aus folgenden Gründen. Ich finde bei den Sketches beispielsweise, finde ich hier drinnen die Sohle, die auch schon mittlerweile sehr durch ist, finde ich das einfach sehr schön, dass es hier unten ein bisschen weicher ist. Das hat man jetzt und das ist besser im Gegensatz zu diesen bei denen hier. Hier haben wir die Sohle und die ist schon ein bisschen raciger gestaltet, aber dafür ist es innen drin, wie man sehen kann, sehr schön gepolstert. Also wir haben auch schönen Halt an den Knöcheln als auch die Sohle. Wenn man jetzt hier mit dem Finger ein bisschen reindrückt, merkt man, dass sie ein bisschen weicher sind. Und was ich auch persönlich sehr schön finde an diesen, man kommt im Gegensatz zu den Schuhen sehr leicht hier rein. Was für mich persönlich hier bei den Azitec auch ein Vorteil ist gegenüber den Sparkos, ist einfach die Tatsache, dass das hier nicht irgendwie zusammengeklebt ist und auseinanderreißen kann. Ich frage mich immer noch, warum das passiert ist. Also ich gehe relativ sorgsam mit meinen Sachen um, aber irgendwie hat das hier nicht gereicht und ist einfach aufgerissen. Und man sieht auch hier an den Laschen für die Schnürsenkel, dass das aufgerissen ist. Und das finde ich ein bisschen schade, weil die Schuhe sind relativ teuer gewesen. Also im Gegensatz zu diesen, die haben hier über 200 Euro gekostet. Damals sind wirklich sehr schöne Schuhe, aber die Haltbarkeit ist wirklich katastrophal. Das finde ich hier ist persönlich ein bisschen schöner gelöst. Hier sind zwar nur so eine Ösen dran, aber man kommt relativ einfach hier reingeschlappt in die Schuhe und hat sie dann sozusagen schön am Fuß und muss sich hier nicht reinzwingen wie bei diesen. Eine andere Sache, die ich persönlich auch nochmal erwähnen möchte, ist, wenn wir uns den Schuh jetzt mal ein bisschen genauer angucken. Und das wird bei dem einen oder anderen wahrscheinlich auch ein Problem sein, dass der Hacken hier hinten oder die höhere Stelle über dem Hacken wird wahrscheinlich bei euch, wenn eure Pedale so wie meine stehen, also meine haben diesen Winkel, werden sie euch ein bisschen hinten in die Sehne reindrücken. Und es kann sein, dass euch die Füße einschlafen. Das war bei mir am Anfang so. Das hat sich aber mit der Zeit gelegt, weil das hier hinten einfach ein bisschen aufweichen musste sozusagen. Also das hier ist auch kein Leder, das ist Stoff. Also kann man hier auch sehen, dass da Stoff ist. Und das musste erst, glaube ich, ein bisschen loser werden, damit das nicht so reindrückt. Also für Menschen, die die Pedalen so wie ich ein bisschen weiter nach vorne gekippt fahren, könnte das eventuell am Anfang ein bisschen unangenehm sein oder vielleicht auch gar keine Lösung sein. Und das war bei den Sparkos beispielsweise besser, weil die sind halt, die sind einfach komplett lose hier hinten, kann man ja sehen. Also die haben bei weitem nicht so einen Halt wie die Schuhe von Azitek beispielsweise. Wenn wir jetzt die mal nehmen, da ist das halt gar nicht vorhanden. Jetzt mal, wenn wir ganz einfach Sneaker fahren. Eine Problematik gibt es, wenn ihr Sneaker fahrt, dass die Sohle, wenn sie wirklich weich ist und ihr keine harten Schuhe habt, sehr viel Bremskraft von der Sohle als auch von der Einlage aufgefressen wird. Das heißt, es könnte sein, dass ihr immer mal unterschiedlich bremst und ein anderes Gefühl dafür kriegt. Das ist in den Entwicklers auch ein bisschen so, aber bei weitem nicht so schlimm wie bei den normalen Sneakers, die ich hier habe von Skechers. Hier kann man das besser dosieren. Es ist aber innen drin weicher. Also ich persönlich bin ja so ein Trampeltier. Man kennt das ja, wenn man meinen Stream kennt. Also man schiebt sich immer richtig hoch beim Bremsen und man latscht da immer rein wie so ein Kaputter. Das hat man bei den Sparkos nicht. Also bei den Sparkos ist man gefühlt wirklich, das ist eine sehr, 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 sehr harte Sohle. Und du hast keinen, wie soll ich sagen, keinen Widerstand da, sondern du bist halt wirklich mit deinem Fuß drauf und den bist du durch die Sohle und den Schuh selber hast du dir ein bisschen geschützt. Hat bei mir am Anfang aber auch dazu geführt, dass mir die Füße wehgetan haben, extrem. Man hat sich aber auch da etwas dran gewöhnt, weil es natürlich eine Umstellung ist. Das wäre wie Barfußfahren, dass man sich an das Gefühl gewöhnt, dass an der Sohle vom Fuß die Pedale dran ist. Und ich persönlich mag das ein bisschen lieber, also dieses gepolzerte Weiche. Also wie gesagt, hier innen drin ist alles unglaublich schön flauschig und angenehm. Im Gegensatz zu denen, das fühlt sich an wie eine zweite Haut und ist sehr stramm an den Füßen. Wenn wir jetzt mal preislich das Ganze durchgehen. Die Dinger haben mich 99 Euro gekostet. Mit Versand waren wir bei, ich glaube, 107 Euro. Die habe ich direkt bei Asitek bestellt. Die waren mal teurer, sind aber momentan im Angebot. Ich werde das auch mal beobachten, wie lange die mitspielen. Also es ist Kunstleder außenrum. Beatmung ist auch dran und was ich sehr schön finde. Also hier ist ein bisschen Löcher drin, dass man nicht so hart schmitzt. Das hat man bei denen nicht. Für die habe ich damals 240 Euro bezahlt. Haben wirklich gute Dienste geleistet, sind aber leider, muss ich dazu sagen, gerade mal ein Jahr alt und sehen halt so aus. Und das finde ich persönlich nicht so schön, weil sowohl diese als auch diese haben. Und das ist, denke ich mal, bei Rennschuhen sehr, sehr wichtig und gehört auch immer dazu. Sie haben einen sehr harten Hacken, also dass man quasi seinen Hacken ablegen kann und nicht hier direkt aufs Fleisch geht, sondern hier ist richtig schön noch Gummierung vor, dass ihr den auflegen könnt und beim Reindrücken habt ihr dann keine Schmerzen an der Hacken oder am Ballen sozusagen. Und das hast du hier halt auch. Also rein preislich gesehen und vom Gefühl her an den Füßen würde ich sagen, dass diese Schuhe für mich persönlich einfach der bessere Fit sind. Bis auf das Gefühl im Ballen, also sexy Pose, hier hinten dran quasi, also hier, dass es manchmal ein bisschen Gegendrück, was aber nach einer Weile, wie gesagt, weggeht, wenn die Schuhe eingetreten sind, sind das für 99 Euro echt gute Schuhe. Aber ich muss immer noch sagen, die Dinger, die bin ich 1500 Stunden gefahren und bis auf die Sohle und die Einlage haben die echt gute Dienste geleistet. Also wer wirklich so empfindliche Füße haben sollte, also so, es gibt ja Menschen, die können beispielsweise nicht barfuß laufen, so wie ich, weil das geht übelst in die Füße und das schmettert da immer richtig rein. Für die Leute ist eher sowas, etwas oder sowas, also Sketches mit dicker Sohle oder vielleicht die Asitek. Ansonsten gibt es auch noch Badeschuhe oder vom Puma gibt es ja auch Racing-Schuhe, da kann man einfach reinschlippen, das sind wie, wie soll ich das sagen, wie Socken in quasi Schuhformat. Oder wenn man es dann richtig professionell haben möchte, kann man auch zu den Sparkos greifen oder ähnliche Modelle wie die Sparkos. Wie gesagt, aber hier ein bisschen vorsichtig, weil Sohle sehr, sehr hart. Fazit zu Schuhen. Sind Schuhe wichtig, ja oder nein? Das ist immer so eine Diskussion, die wirklich sehr häufig geführt wird. Braucht man Schuhe, braucht man keine Schuhe, will ich Schuhe fahren, will ich keine Schuhe fahren? Es gibt Team Socken, von denen ziehe ich übrigens meinen Hut, die müssen Hornhaut haben wie Elefantenarsch. Also da muss richtig was drunter sein. Ich persönlich bin Schuh-Fan, weil aus dem ganzen Grund meine Bremsen sehr, sehr hart sind und ich habe auch keine flachen Auflagen auf der Pedale drauf und das würde sich immer ins Fleisch reindrücken und ich finde das sehr unangenehm. Also wenn ihr, sage ich mal, Heavy Breaker seid, also richtig ordentlich rennt, zippert in die Bremse und euch hier im Sitz hochschiebt und macht und tut, sind vielleicht Schuhe gar keine schlechte Option. Seid ihr empfindlich an den Füßen, vielleicht sind Rennschuhe dann an der Stelle auch nichts für euch, sondern geht dann eher für die Turnschuh-Variante mit weicherer Sohle oder ihr holt euch Einlegesohlen, das geht ja auch. Aber ansonsten, Schuhe ist wirklich persönliches Empfinden und was ich euch an dieser Stelle immer empfehlen kann, wäre ein Laden, wo ihr mal hingehen könnt. Das ist genauso wie mit Sitze, wo ihr euch mal reinschlippen könnt und vielleicht auch mal jemand da ist, der euch was zur Passform sagen kann. Denn gerade wenn ihr euch Rennschuhe kauft, die sind wirklich sehr, 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 sehr eng. Also ich habe einen fetten Fuß, so einen Elefantenfuß und die sind hier vorne schon wirklich sehr, sehr spitz und auf Dauer, also ich bin in den letzten zwei Stunden damit am Stück gefahren und auf Dauer ist dieses enge vorne, alles zusammendrücken etwas unangenehm. Also wenn ihr Schuhe kauft, achtet darauf, wie die Besohlung ist, achtet darauf, wie die Einlagen dazu aussehen, achtet darauf, wie die Passform ist, also laufen sie spitz zusammen, habt ihr Elefantenträter, so wie ich und dann werdet ihr schon den richtigen Schuh finden. Ansonsten Läden, ich kann euch immer nur Sandler ans Herz legen, die sitzen in NRW, ich war mittlerweile schon glücklicherweise zweimal in dem Geschäft drin und dort sind wirklich sehr, sehr nette Menschen, die euch das alles zeigen, probieren, auch Fragen stellen. Also wir waren damals mal einen Sitz dort kaufen und die haben wirklich sehr, sehr gute Fragen gestellt diesbezüglich, wie es aussieht, was wollt ihr damit machen, was denkst du, brauchst du viel Platz, willst du stramm sitzen, ist das für Simracing, dies, das, ananas, also da sind schon sehr, sehr kompetente Menschen, die euch helfen bei der Wahl für Schuhwerk, Pedale, was auch immer ihr, Schuhwerk, Handschuhe wollte ich sagen, die Pedale und die werden euch da schon unter die Arme greifen. Also, neuer Schuh, Azitec Invicta, für mich persönlich dickes Ding, 99 Euro, hat mir sehr gefallen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, lasst es euch gut gehen und bis dann.